Ja, ich bin Niki, ich bin Innenverteidiger und mein Vorbild ist Sergio Ramos. Hallo, ich bin Leandro und ich spiele Innenverteidiger. Hallo, ich bin Leonhard und spiele im Mittelfeld. Hi, ich bin Joan. Ich spiele rechtes Mittelfeld und meine Schüsse sind anders. Ich bin Paul und ich spiele in der Verteidigung. Hallo, ich bin Hannes und ich bin Stürmer bei Taitunia. Hallo, ich bin Juri und ich spiele in der linken Verteidigung und ich glaube, die Niederlande gewinnt die EM. Hallo, ich bin Moritz und ich bin Sechser. Hallo, ich bin Konrad und ich bin Bankspieler. Hallo, ich bin Dominik, ich bin der Trainer und ich grüße Sebastian Kehl. Hallo, ich bin Frank und ich bin der Trainer von diesem Haufen hier. Das war genau so schlecht wie meiner. Nein, ich war dann aber schlecht, Aki. Dann. Hallo, ich bin Wolfgang, ich bin Tomasz. Hallo, ich bin Valentin. apparatur ist. Das war's. Hier ist Fuss. Hallo, ich bin unterscheid.